Jetzt machen wir von der Flüssenrunde am Lieferweg und was heute nicht mehr weg ist. Die Gruppe Portemedaille ist in der 84-Jürgermeins DDR-DG von Niederwitz. Und von hier noch mal hier waren alle, obwohl wir hier im Kopf waren, das geht nicht viel Glück, dass wir nicht bald wieder auf dem Wandel sehen.